Sind Sie der Ben? Ja genau, das bin ich! Hey, da ist der Ben aus Kärntens BestGelands am Magen Show. Halloween steht vor der Tür. Und heute versuchen wir Kürbisse zu schnitzen. Los geht's! Was brauchen wir dazu? Kürbis, Messer, Löffel zum Aushöhlen, Whiteboard Marker, damit die Markierungen wieder weg gehen und Schüssel. So, in etwa. Alles klar. Wer noch zu klein ist, am besten einfach Mama oder Papa fragen, ob er das erledigen könnte. Ansonsten einfach einmal den Kopf runtercutten. Wie? So. Fühl mir ein bisschen so wie der Mike Myers im Halloween-Film. Wir wechseln zum Löffel. Das ist quasi der Hut vom Kürbis. So schaut übrigens das Innere aus. Und das müssen wir jetzt einfach nur aushöhlen. Und das geht, wenn man sich so einen Halloween-Zierkürbis nimmt, eigentlich recht easy. Easy. Haben wir eigentlich irgendwas zum Abwischen da? Bringt mir irgendwer was zum Abwischen. So, jetzt geht's darum, dass man die Augen und den Mund aussticht. Alles klar, weiter geht's. Spooky. Wenn ich jetzt vergessen habe, dass er ein Mikrofon ummacht. Tada. Warum passt das nicht? Er trockt ihn einfach so seitlich. Hoppala. So. Alles klar. Schon noch mal freundliches Kürbis-Gesicht. Antenne lotta. Kürbis. れunts Beobacht